Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Gewinnspiel und zwar kann man diesmal 5000 Gommelcoins gewinnen 3000 für den ersten Platz und 2000 für den zweiten Platz Das Gewinnspiel geht bis zum 1.8. um 14 Uhr circa kommt ein Video, denke ich mal, dazu wer gewonnen hat Und das einzige was ihr dafür machen müsst, ist den Kanal Floherter Let's Play zu abonnieren Und unter dieses Video einen Kommentar zu schreiben, dass ihr mitmachen wollt Und vielleicht auch noch, wofür ihr die Gommelcoins braucht, das interessiert mich auch noch Und halt noch euren Namen im Gommelforum Und über kleinere Spenden würde ich mich freuen, aber die, die spenden, werden nicht bevorzugt Also jeder kann gewinnen, auch wenn man nichts spendet Die Spenden dienen halt dazu, um weiter solche großen Gewinnspiele hier zu machen Und ja, das war es eigentlich auch schon Das Ganze wird mit random.org aufgelöst, also bleibt das auch schön fair Und ja, dann bis zum nächsten Video, ciao Leute